Ein Sender, wo Sie sich merken müssen. Der Start des nationalen Senders ist am nächsten Montagabend. Der Sender wird von den AZ-Medien betrieben, wo auch Telezüdi dazugehört. Viele gute Unterhaltung wartet auf Sie und auch eine nationale Nachrichtensendung moderiert von unserem Kollegen Roman Wasik. Remo Müller zeigt Ihnen schon heute das Fernsehen von übermorgen. Du schaust immer in die Kamera 4. Immer. Es gibt nur eine Kamera in diesem Studio. Die letzten Vorbereitungen im Studio 2 von Telezüri im gleichen Studio wie die Züri News präsentiert der Moderator Roman Wasik, TV24 News. Natürlich mit einem neuen Dekor im Hintergrund, nämlich dem Regieraum. Auch da ist Hochbetrieb. Die letzten Vorbereitungen laufen heiss. Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Mal zu TV24 News. Am Montag ist es soweit. In die Schweiz kommt ein neuer Fernsehsender rüber. Neben Tele Bern, Tele M1 und Tele Züri ergänzt TV24 das Programm der AZ-Medien Senderfamilie. TV24 ist ein nationaler Sender und bietet v.a. viel Entertainment, sagt Roger Elsen noch der Verantwortliche für die Fernsehsender bei den AZ-Medien. Primär wollen wir Zuschauer unterhalten. Sei es unsere eigenen Zuschauer, die wir schon auf unserem Regionalfernsehsender haben. Oder dann natürlich auch neue Zuschauer erreichen, die wir hoffen auch wieder Konkurrenz abzuwerben können. Auf TV24 laufen spannende Filme und Serien. Liliane und ich sind nicht deine leiblichen Eltern. Faszinierende Dokus. Wir haben es gesehen. Nationale Nachrichten mit der TV24 News jeden Abend um 10 Uhr. Und unterhaltsame Eigenproduktionen wie Fashion Run, die bereits auf Tele Züri, Tele M1 und Tele Bern angelaufen ist. Axel Wüstmann, CEO des Medienunternehmens AZ-Medien, will mit dem neuen Fernsehsender TV24 an Bedeutung im Schweizer Fernsehmarkt gönnen. Wir versprechen uns vor allem erstmal Wachstum in unserem TV-Geschäft. Das wollen wir ausbauen. Neben unseren drei Sendern Tele Bern, Tele Züri und Tele M1 mit TV24. Und am Schluss geht es darum, Qualität für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu bieten. Und das werden wir tun. Und zwar in der gesamten Bandbreite über alle Genres. Kaufsüchtig. Unter anderem eben mit unterhaltsamen Eigenproduktionen neben Fashion Run, The Grand Plan. Nein, nein, das ist... Ihr könnt schon das dritte ziemlich glas. Weisst, das muss man jetzt schon mal sagen. Drei Grossis mit viel Lebenserfahrung helfen jungen Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation stecken. Mit The Grand Plan startet TV24 am Montagabend am 4. ab 8 Uhr.